So, ich bin gerade darauf hingewiesen worden, dass Kaya Jana ein Video online gestellt hat. Das Statement zum Krieg im Nahen Osten. Yildirim hat die Schnauze voll, also mit dem Hashtag CasefireNow. Was ich problematisch finde, denn CasefireNow wird ja gerade aus diesem Israel-feindlichen Lage benutzt, der Hashtag. Da geht es ja nicht um wirkliche Waffenruhe und um Frieden, sondern da geht es eigentlich darum, dass man es einseitig Israel beschuldigt, irgendetwas zu machen wie Genozid oder so, was jetzt auch gerade vom Internationalen Gerichtshof nicht mal ansatzweise belegt ist, sondern dort hat man ja auch gesagt, dass die Kampfhandlungen nicht unterbunden werden, weil Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Es ist halt immer schade, wenn man so einseitig sagt, die Hamas sagt ja, dass sie keine Waffenruhe möchte. Sie hat ja noch Geiseln, also Kriegsverbrechen. Israel hat auch Waffenruhe zwei Monate vorgeschlagen, wenn die Geiseln freigelassen werden. Dagegen der Internationalen Gerichtshof sagt, die Geiseln müssen bedingungslos sofort freigelassen werden. Das ist das Urteil. Daran müsste sich die Hamas halten. Daran wird man sie messen, ob sie sich dann dem Urteil unterwirft. Ich habe gerade noch ein Video aufgenommen zu dem Internationalen Gerichtshof, deswegen noch ein wenig müder überarbeitet. Hey Leute, was geht oder geht nix? Heute eine Sonderausgabe vom Tagesguck. Wir haben heute die Yildirim, die Kehla Yildirim, möchte sich wahnsinnig gerne äußern zur aktuellen politischen Lage. Was heute geteilt, man muss sich mal... Gaza! Bist du bekloppt? Das ist so kompliziert. Ein falsches Wort und meine Fahrstuhl ist kaputt. Heute spreche ich sehr gerne über den Nahostkonflikt. Mein Leben ist so, wie du es kennst, vorbei. Ach Gott. Nicht so nah wie Ukraine, sondern Israel, Palästina. Etwas ferner der Nahost. Der erste Opfer von dem Krieg ist die Wahrheit. Das sagte schon vor über 100 Jahren Hiram Johnson. Aber damals gab es kein Handy. Kein Social Media. Nix. Das ist ein guter Hinweis von dem Hintergrund, wie wir überflutet werden mit solchen Horrorbildern. Als ob Israel gezielt auf Zivilisten schießt. Das Interessante ist ja, dass der Internationalen Gerichtshof genau das nicht festgestellt hat. Ähm, und dazu kommt ja... Wahrscheinlich ist das Video dann schon von mir online, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo auch diese Reaction hochgeladen ist. Also Samstag ist geplant. Man kann glauben, was in die Presse lasst. Und pfff, was wurde alles in den letzten 100 Jahren gelogen, hä? Das viel Scheiße wurde erzählt. Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu erwischen. I take the fact... Es wird natürlich immer wieder, es werden natürlich auch Kleinigkeiten immer wieder hervorgehoben, wo überschnell reagiert. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Tagesplan, der irgendwo dranhängt oder sowas, wo dann nur, ähm, wo dann nur, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag steht. Das ist halt alles irrelevant. Das ist halt klassischer Wort about autism. Ähm, das, ähm, kommt immer wieder gerne, äh, wird immer gerne von den Israel-Hassern vorgeworfen. Solche Punkte sind nur in so einem Beispiel. Das ist ja kein Lügen. Die Tunnel sind ja bewiesen. Die Kriegsverbrechen sind ja, durch die, äh, die Hamas begangen hat, sind ja bewiesen. Die abgeschlachteten Kinder, ich hab's ja gesehen. Also, die Menschen, die lebendig angezündet wurden, hab ich ja auch gesehen. Äh, das Köpfen von Menschen unter den Rufen Allah-Wakba hab ich ja gesehen. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist ja da. Und die 1200 Tote kann man auch nicht wegdiskutieren. Also, im Beginn eines Genozids. Man wollte ja den Holocaust verenden. Ihr erinnert euch. Also, wenn ihr euch erinnert, dann ihr seid sehr alt. Man nennt diese, äh, 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 Desinformation, ja? Ja? Also, ist, man nennt, sagt, gesierte, verbreite... Ich muss mir dabei einen Kaffee machen. Ja. Ich weiß auch nicht, was das... Man sollte mit der Sache... Also, nochmal, man sollte mit der Sache seriös umgehen. Jetzt hol ich mir kurz mal einen Kaffee. Dann kann man auch Chemical Ali oder so, äh, solche Leute als Beispiel nehmen. Und Saddam Hussein, der die ganze Zeit gelogen hat und der, äh, ja auch nachweislich zehntausende Menschen vergast hat. Das bestreitet ja auch keiner. Aber... Die Kaffee-Camp. Ja. Ja, geilen Humor. Ich finde, das Thema ist zu ernst, gerade wenn wir hier von, ähm, über 20.000 Toten sprechen. Natürlich haben wir da 10.000 Hamas-Terroristen drunter, aber toter Mensch ist toter Mensch. Und das ist alles nicht schön. Also, mein Humor hält sich da in Grenzen. Gerade bei dem Leid auch in Gaza, was die Hamas angerichtet hat. Aber nun ja, mal schauen, wie er es darstellt. Von Falschinformationen, um dich zu verarschen, um zu lügen. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Fehlinformationen auch scheiße. Aber ist nichts bewusst, weil man ist doof. Also so wie ganze Social Media, mäh, äh, 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 äh. Guck mal, es gibt, äh, zum Beispiel, falsches Zusammenhang ist Desinformation, äh. Dieser Typ sagt, Rakete wurde gefeuert auf Tel Aviv. Aber Bellingcat ist ein Factchecker aus Niederlande, äh, wo kommt er, Rudi Carell. Hat herausgefunden, Video, drei Jahre alt. Ist aus Syrien. Das Video, das appeared to be shot at night. Aber das, ähm, das ändert ja nun wirklich nichts daran, dass Tel Aviv fast täglich bombardiert wird durch Raketen. Also, also, sorry, nur weil irgendein Trottel ein, ein Uralt-Video nimmt, ähm, was in Syrien aufgenommen ist, ändert das nicht nichts an der Tatsache, dass Tel Aviv bombardiert wird. Also, ich bin doch auch in den Bunker geflohen, mehrfach, unter Raketen-Alarm. Ich hab die Dinger doch gesehen. Ich bin doch nicht, ich bin doch nicht blind. Also. Ja, es kamen Raketen aus Gaza. Aus Gaza, ja. Ja, fast täglich. Aber ich, äh, ich erinnere mich vielleicht auch nur falsch, genau, das kann ja sein. Also, ich weiß, äh, weiß auch immer, es war auch oft abends, so gegen 20, 21 Uhr, war ich schon darauf vorbereitet, dass was passieren kann. Und dann hab ich hier die App gehabt, und dann ging die schon los. Und gleichzeitig die Sirenen, und wir sind alle immer in den Bunker. Also, und das läuft ja, ja, seit Jahrzehnten. Also, das kann man doch nicht wegdiskutieren. Missiles at Israel. Dass das hier, dass das hier keine Hamas-Raketen sind, das ist man wirklich, weiß nicht, wer ist denn dieser, kenne den Typen gar nicht. Paul Golding. Das ist ein, das ist ein Politiker. Ein, nee, das ist was anderes. Ist das der? Ach Gott, ach du meine Güte, das ist ein Rechtsradikaler. Wird sowas als, als Beispiel genommen? Der Typ ist von Britain First. Das ist sowas wie die NPD. Was wurde da vorher gesagt über den? Er, Rudi Carell, hat herausgefunden, Video, drei Jahre alt. Warte, 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 zurück, nochmal. Zum Beispiel, falsches Zusammenhang ist Desinformation. Dieser Typ sagt, Rakete wurde gefeuert auf... Ah, jetzt steht es hier sogar... Ja, dieser, dieser Typ ist ein bekannter Neonazi, den überhaupt niemand ernst nimmt. Tel Aviv. Aber Bellingcat ist ein Faktchecker aus Niederlande. Wo kommt er, Rudi Carell? Hat herausgefunden, Video, drei Jahre alt. Ist aus Syrien. Wenn man so blöd ist, als Medium, dass man so etwas, als Quelle auf... Der ist mir gar nicht über den Weg gelaufen, der Typ. Also auch in meiner Timeline bei Twitter. Ah, gut. Also wurde es direkt enttarnt. Also ist es nicht relevant geworden. Okay. Also... Andere Desinformation, zum Beispiel die Lüge von 40 geköpften Babys. Joe Biden, amerikanischer Präsident. Ja, aber das kam, diese Aussage war keine Lüge Israels. Und das mal klarzustellen, Israel hat das nie gesagt. Sondern das hat eine Person gesagt und es wurde falsch zugeordnet. Und dass dort Babys getötet worden sind. Das ist unbestritten. Man nimmt jetzt nur diese 40 und sagt, ah, das stimmt alles gar nicht. Ich hab, also, falls Kaya das sieht, Kaya, ich lade dich auch ein. Komm mit mir nach Israel. Wir schauen uns nochmal gemeinsam diese unveröffentlichten Aufnahmen an. Und dann zeige ich dir, dass das Kleinkind in seinem Mickey Mouse Schlafanzug, was von der Hamas abgeschlachtet wurde. Diese Sequenz. Oder ich besorge dir... Wohnen Sie in der Schweiz. Ich besorge dir einen Termin in der israelischen Botschaft und zeigen Sie es dir dort. Mein Angebot. Ich vermittle das. Persönlich hat Bilder gesehen. Ja gut, so Bilder gibt es. Also es gibt Aufnahmen von Köpfungen. Das ist jetzt nicht falsch, was er sagt. Also, vor dem Hintergrund, wenn man die unveröffentlichten Aufnahmen sieht, da ist man erst mal geschockt. Oder doch nicht. Und kurze Zeit später hat er gesagt, ach, ich weiß nicht, hab ich gesehen, hab ich nicht. War Ali und die 40 Babys oder Ali und die 40 Räuber. Und dann hat er gesagt, ach, ich weiß auch nicht. Ist schwierig mit diesem Mann. Er ist alt. Man hat doch sowas gesagt. Amerika ist eine Nation, die in einem einzigen Wort definiert werden kann. Ich war in Füttemann. Später, man hat herausgefunden, nachdem man reingegangen ist. Man hat herausgefunden, diese Lüge mit den 40 Babys kommt von einem Extremistisch. Diese Siedler ist sehr extrem. David Benzin. Also nicht von der Regierung, wie ich ja sage. Es würde aber gerne behaupten, die Regierung würde es behaupten. Ben Zion ist bekannt dafür. Probleme und Stress mit Palästinändern zu machen, macht immer ganz viele. Macht Streit und sagt, komm mal, mach. Warum macht diese? Damit kann er rauswerfen aus den Häusern. They are very bad. They cut hair. Of children, cut hair of women. But we are stronger than them. Bitte, bitte verstehen Sie mich nichts falsch. Haben wir uns die Aussage stimmt. Ich habe ja selbst Köpfungen in den Aufnahmen gesehen. Mit einer Gartenhacke zum Beispiel. Und es gibt andere Aufnahmen, wo Menschen mit dem Messer der Kopf abgeschnitten wurde. Auch scheiße. Ich bin nicht der Spokesman für Hamas. Ich bin nicht der Spokesman. Ich bin nicht der Spokesman. Ich bin nicht der Spokesman. Ich liebe sie. F*** Hamas. Du willst... Kostüm Hamas. Nein, nein. Aber Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. A bacon of hope? Hat viele moralische Ansprüche. Sehr hoch. Ich kann euch categorisch sagen, dass kein Arme in die Welt gibt, eine mehr moralische Weise wie der Arme in Israel. Wie kann ich sehen. Hier sind dieターstens der ersten Universitäten, die wir in Gaza genauen. Wir sind not. Wir sind nicht. Es dauert ein. Not auch, es ist einer Zeit, nicht zu sehen. Wir sind nicht. Und stellen Sie sich BEHALF. Das ist eine Spokesmanheit. Das ist einer Spokesmanung. Das ist eine Spokesmanung. Das ist eine Spokesmanung. Das ist eine Spokesmanung. Was sagt eigentlich Bundeskanzler schon? Nehmen wir die Türkei, einen solchen Angriff auf die Türkei, wir rechnen natürlich hoch auf die Bevölkerungsanzahl der Türkei, dann wären wir knapp bei 15.000 Toten innerhalb eines Tages. Glaubt ihr ernsthaft, die türkische Armee lässt einen humanitären Korridor offen? Was sagt diese Schotze? Er sagt, Deutschland muss einen sehr großen Strand haben am Mittelmeer, denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge nach Deutschland als jedes andere Land da draußen. Er hat gesagt, aber hat mit diesem Thema nichts zu tun. Es handelt sich bei Israel um eine Demokratie und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Israel macht einen Krieg. Zu viele, zu viele unschuldige Leute tot. Ja, aber wie kommt man denn jetzt auf die Zahl? Woher weiß man denn jetzt genau, wer was? Also Moment mal. Die Zahl 25.000 Tote gibt es. Da heißt es aber nicht, dass es Zivilisten sind. Von der israelischen Armee spricht man von über 10.000 tote Hamas-Kämpfer, Terroristen. Also, was ist denn, ich verstehe das nicht. Es ist doch nicht absichtlich. Es ist... Er sagt, die Art der Kriegsführung, die Israel macht diese. Und die Gründe, das sagt, warum es diese Kriegsführung macht, das kapiert nichts. We are witnessing a killing of civilians. Ach, der Clown hier. Der Clown, der UNRWA, die UN-Organisation dort hat, mit den antisemitischen Lehrern, die sich gefreut haben, dass am 7. Oktober Frauen und Kinder abgeschlachtet worden sind. Also, es ist ein Unterschied, ob jemand vorsätzlich Zivilisten umbringt oder ob Zivilisten im Kontext eines Krieges unabsichtlich zu Schaden kommen. Israel nimmt doch gerade Rücksicht und bricht auch Angriffe ab, wenn Zivilisten zu sehen sind. Ich meine, da gibt es eine Telegram-Gruppe mit 3000 UN-Lehrern. Die Partys gefeiert haben wegen des 7. Oktobers. Allianz, das ist unparalleled und unprecedented in any conflict, seit ich bin Secretary General. Niemand versteht. IDF kann, wenn sie sehr präzise, sehr präzise bombardieren. So, Libanon? Top Hamas official Salah al-Arruri, the target of a strike in this Hezbollah stronghold. It was a drone that launched two loaded missiles, then it dropped down. Ja, das tun sie auch. Das Problem ist nur, dass die Hamas Zivilisten als Schutzschilder benutzt. Und da im Libanon war er nicht drauf vorbereitet. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist einfach Unsinn. Er redet jetzt von Massenbombardements, Flächenbombardements. So was gibt es gar nicht. So was gibt es in Gaza gar nicht. Weil Israel hat gar nicht die technischen Möglichkeiten dafür. In nur einer halben Stunde werden fast tausend Tonnen Spreng- und Brandbomben abgeworfen. Mindestens 25.000 Menschen. Ja und es gibt auch keine Brandbomben. Und bei Dresden war Randvoll mit Flüchtlingen. Israel leitet die Leute doch weg. Und verbrannt, erstickt, verschüttet. Also wirklich, Kaya, Dresden 45 damit zu vergleichen, das ist wirklich eklig. Und das ist nicht nur unsachlich, das unterstützt Hass. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt halt überhaupt nicht, was er da sagt. 7. Oktober 2023, Hamas hat von Gaza einen Terrorangriff auf Israel gemacht. Hamas hat 52 Menschen als Geisel in die Gazastreifen zurückgenommen. Dann Israel hat gemacht, Gegenangriff. Zuerst Bomben. Moment, Moment, Moment. Das ist kein regulärer Angriff. Das ist kein regulärer Krieg. Mit Kriegserklärung. Die Hamas hat gezielt Juden gejagt. Sie sind in friedliche Kibbutzim eingetrungen. Und haben dort Frauen, Kinder, alte Menschen abgeschlachtet. Dabei gelacht, Al-Awakba gerufen, geköpft, lebendig angezündet, vergewaltigt. Wie kann man das denn vergleichen oder gleichsetzen mit einem Verteidigungsangriff auf Terroristen? Er hat noch nicht mal die 1200 Tote erwähnt. Was ist denn da los mit ihm? Vor allem, es sind linke, muss man sagen, das sind linke Kibbutzim, das sind alles Menschen, die für Palästina sind, die dort abgeschlachtet worden sind. Wie kann man ein Flächenbombardement, würde Israel ein Flächenbombardement, hätte Israel das gemacht, direkt nach dem 7. Oktober, dann würden wir nicht von 20.000 oder 25.000 Toten sprechen, dann würden wir von einer Million Toten sprechen. Das hat Israel ja gerade nicht gemacht. Das ist sowas von Verzerrung, das ist, das ist wirklich, das ist menschenverachtend. Auf Gaza und dann kamen die Soldaten. Und die israelische Militärin ist expanding its ground defensive into all parts of Gaza, telling people in the south to evacuate to safe zones. Ja, super, jetzt Aufnahmen, die irgendein Hamas-Kameramann gemacht hat. Ja. Das ist so ein Unsinn. Heute, wir haben ca. 30.000 Zivilisten tot auf palästinensischer Seite. Über die Hälfte davon, Frauen und Kinder. Das stimmt nicht. Das ist auch gelogen. Wie kommt der auf 30.000 Zivilisten? Wo ist diese Zahl her? Selbst die Hamas spricht von 25.000 Toten. Und keiner redet davon, dass es nur Zivilisten sind. Was sind das für Fantasiezahlen? Sollen wir uns jetzt gegenseitig überbieten mit irgendwelchen Fantasiezahlen? Gut, die Zahlen sind aus Gaza, Gesundheitsministerium. Hamas, genau. Gesundheitsministerium ist die Hamas. Gehört Hamas. Ich weiß, man kann sagen, die Lügen. Aber guck mal, UNO und Israel hat in früheren Konflikten oft gesagt, es stimmt diese Zahl von Ja, das ist aber trotzdem keine Quelle dafür. Nur weil sie damals nicht lügen konnten, weil es um kleinere Todeszahlen geht, die untersucht wurden. Jetzt kann es ja nicht untersucht werden. Wir haben es doch gesehen am Al-Ali-Krankenhaus. Das ist das beste Beispiel. Die Hamas hat sofort 500 bis 1000 Tote gemeldet. Israel hätte ein Krankenhaus bombardiert. Später stellte sich raus und sogar Human Rights Watch, die total antisemitisch eingestellt sind und Israel hassen, haben gesagt, das ist Quatsch. Sie reden, selbst Human Rights Watch redet von einer mittleren bis niedrigen zweistelligen Todesanzahl, einem Einschlag im Parkplatz und dass Israel unschuldig ist, sondern dass der islamische Dschihad eine Rakete drauf geschossen hat. Und dann soll ich Zahlen glauben von einem Gesundheitsministerium, was mir meldet, dass ein Krankenhaus zerstört sein soll mit 500 Toten. Okay. Die Liste kenne ich, wo viele Namen doppelt sind. Und ja, das ist schön, was da reingeschrieben wird. Es wird auch nicht gesagt, natürlich werden die mehrheitlich durch israelische Bomben getroffen worden sein. Wäre ja unlogisch, wenn nicht. Aber niemand, wie wir erwähnt, die Menschen, die auch sterben durch die Raketen der Hamas oder des islamischen Dschihad, wir sehen doch an dem Krankenhaus. Zählen jetzt die Toten auf dem Parkplatz, die die Hamas verursacht hat, jetzt auch zu den Todesopfern Israels? Ich meine, die Raketen sind besser geworden. Es stürzen nicht mehr 30 Prozent ab, es stürzen nur noch 20 Prozent ab. Großartig. Sind auch nur, dann weiß ich nicht, sind nur 2000 Raketen oder 1500, die im dicht besiedelten Gebiet ohne Ankündigung runterkommen. Das sagt halt überhaupt keiner. Vor allem ist dieses Framing, es sagen nicht die Palästinenser, es sagt die Hamas. Es sagt die Hamas, nicht die Palästinenser. Wie kann man denn sowas zusammenwerfen? Achso, der Mann hat im Al-Schiefer-Krankenhaus gearbeitet. Das ist schön, also das Krankenhaus, wo Geiseln reinverschleppt worden sind und wo runter Tunnel sind. Okay. Okay. Wenn wir die genaue Zahlen nicht kennen, weil es gibt noch sehr viele Menschen unter den ganzen Trümmern, kannst du nicht rausnehmen, sie sind immer noch begraben. Das ist schlimm. hat gesagt, wir können davon ausgehen. Das ist um vielfache höher. Ja, wer sagt das? Noch nicht mal die UN sagt das. Von der palästinensischen Seite gegenüber von der israelischen Seite. Das ist nichts Verhältnissescheiße. Das ist nicht mehr Auge um Auge, sondern Auge um den ganzen Körper. Aber wir können doch nicht einfach irgendeinen Arzt nehmen, der auch Terrorakte rechtfertigt. Nur weil er Arzt ist. Was sind das denn für Quellen? Man muss doch die Leute mal überprüfen. Dieser Krieg ist eine Selbstverteidigung. Entschuldigung, aber ich sehe nur Angriff. Israel hat ihn... Was? Ist das Video sein Ernst? Ich erweitere die Einladung. Kaya, komm bitte mit... Also wirklich. Komm bitte mit nach Israel und wir fahren gemeinsam nach Gaza. Das vermittle ich. Komm mit. Ich akkreditiere dich. Wir gehen als Journalisten rein. Lass uns gemeinsam nach Gaza reingehen. Wirklich, ich bin... Ich bin... Da muss er auch keine Angst haben. Also das ist ja mittlerweile der Norden. Natürlich gibt es immer vereinzelte Sachen. Kriegt er eine Weste angezogen? Kriegt er eine Schutzweste und einen Helm und... Also die Gefahr hält sich doch in Grenzen aktuell. Eine Woche 6.000 Bombenübergase abgeworfen. 6.000. Die USA haben ungefähr dieselbe Menge in Afghanistan geworfen in einem Jahr. Ja, aber was sind das für Bomben? Was sind das für Bomben? Das sind Sprengsätze. Da muss ein Tunnelsystem zerstört werden. Der gesamte Norden ist untertunnelt mit Terrortunneln. Die sprengen pausenlos Tunnel. Und natürlich geht dann auch zivile Bausubstanz kaputt, weil die Hamas überall alles untertunnelt hat. Die Tunnel müssen doch weg. Damit man endlich diese Terroristen losbekommt. Und wahrscheinlich das Roofknocking wird wahrscheinlich auch noch als Sprengsatz gezählt. Das ist ja püttlich. Wenn Zahlen zusammengeworfen... In Gaza mehr als 12.000 Bomben hört nichts auf. The Bible says that there is a time for peace... Oh nee, jetzt bitte nicht dieses Fake-Zitat. Das ist falsch eingeordnet worden. Oh, bitte jetzt nicht. ...and a time for war. This is a time for war. Hört nix auf. Wir reden über Gaza. Sehr viele Leute auf sehr kleinem Land. Dicht besiedelt. Ja, es ist so dicht besiedelt... Wie Paris. Das ist nicht das dicht besiedelt... Also auch diese Behauptung, dichteste besiedelte Gebiet, das ist halt auch nur Geschichten aus dem Paulaner Garten. Das ist keine Armee. 25.000 Kämpfer... Zum Glück kam dieses Fake-Zitat nicht eben. Ich dachte schon wieder, es kam dieses Bibel-Zitat. Kriegkopfschmerzen von... Kämpfer mit Maschine-Gewehre und Raketen auf Wisch bestellt. So oft gar nicht ihre Ziele erreichen. Geht sogar auf den Gazastreifen runter, die Rakete. Tötet sehr viele Palästinenser. Aber Moment mal, ich muss da unterbrechen. Die UN hat doch selbst gesagt, dass die Mehrheit der Zivilisten evakuiert wurde, bevor der richtige Angriff begonnen hat. Also selbst die UN bestätigt es, dass über eine Million Menschen den Norden verlassen haben, bevor überhaupt Israel die Hamas angegriffen hat. Es ist einfach so schädlich und gefährlich, dass man das so einordnet. Rakete über die Mauer fliegen nach Israel. Dann macht Israel kaputt. Sofort. Mit bestem, bestem Abwehrsystem von der Welt. Israel hat eine Armee. Armee von 100.000. Luftwaffen, Schiffe, Drohnen, alles. Viersteigste Armee von der ganzen Welt. Bezahlt von den USA. Ich frage mich, wie würde... Wer sagt denn bezahlt von den USA? Israel ist ein wohlhabendes Land. PDF aussehen ohne Waffen von den USA? So vielleicht? Ist das schlecht? Das stimmt halt überhaupt nicht. Sagen wir mal, die RAF hätte in den 70er Jahren in Straßburg einen Terrorakt gemacht. Ja, die waren ja ausgebildet. in palästinensischen Camps in Jordanien. Die RAF übrigens. Mit Frankreich. Sofort angegriffen? Deutschland sofort angegriffen? Dass Deutschland gleich bombardiert? Lieber Kaya, die RAF war nicht die offizielle Regierung Deutschlands. Die RAF ist eine kleine Terrorgruppe. Die RAF hat nicht 80.000 Mitglieder. Und die RAF wurde dort nicht gewählt und hat die gesamte Verwaltung und die Bevölkerung unter Kontrolle. Was ist denn das für ein Vergleich? Was ist denn das für ein lächerlicher, dummer Vergleich? Die Bevölkerung vertrieben und zu Polen gesagt, guck mal, mach mal die Grenze auf, nimm mal die Deutsche hier. Ja, aber IDF macht alles, um Menschen zu schützen, klar. Die Klub. Ich weiß nicht, was Kaya da macht. Klar, er hat seine Kunstfigur, aber das kann er nicht alles hinter der Kunstfigur verstecken. Ja, und die RAF hat auch nicht 1.200 Zivilisten umgebracht. Es hat viele uns Zivilisten umgebracht, aber vor allem in Deutschland. Ja, aber hier schreibt jemand, der spielt den durchschnittlichen Türken. Das will ich auch nicht glauben. Da ist man auch reflektierter. Ja, das Problem ist ja, viele verstehen dann diese Kunstfigur nicht und glauben, das würde stimmen, aber das ist halt Schwachsinn. Gehen Sie, vom gleichen Punkt. Danke, haben Sie geklopft. Bausparvertrag kaputt, aber mein Leben ist gerettet. Dankeschön. Im Ernst. Guck mal, anklopfen sieht so aus. This is how the Israeli military is warning Palestinians of an appending missile strike in Gaza. Ja, und vorher SMS und Anrufe. Das ist das Dachklopfen und dem Hinweis, dass hier gleich, weil hier irgendwo etwas von der Hamas ist, das Ding in die Luft gejagt wird. Und deswegen steht hier auch diese Kamera. Also diese Aufnahme ist ja nur möglich, weil man wusste, da passiert jetzt in den nächsten Stunden etwas. Da konnte man also hinfahren in aller Ruhe, eine Kamera aufbauen und die Zivilisten sind schon alle weg. Und das ist so die letzte Warnung, bitte geht weg, wir wollen euch nicht töten. Welche Armee der Welt, ich kenne keine Armee der Welt, die mit Dachklopfen Menschen warnt. Und ich soll mir nur eine nennen. Ich kenne keine. Welche Armee der Welt warnt Zivilisten in dieser Art und Weise? Welche Armee der Welt achtet peinlich genau darauf, dass möglichst wenig Zivilisten zu Schaden kommen? Nur die IDF. Genau, das war die letzte Warnung, der letzte Hinweis, dass der Angriff bevorsteht. Die Kamera steht doch schon Stunden dort. Minimum drei Stunden. Minimum drei Stunden hat man Zeit. Ist aber sehr, sehr schwierig, weil schon ganz viele Menschen alleine durch die scheiße Anklopfen sind getötet worden. Natürlich. Das stimmt doch nicht. Stimmt doch auch gar nicht. Das ist auch Unsinn. Israel hat Existenzrecht. Ich bitte, es gibt überhaupt keine Diskussion. Aber in welche Grenze? Welche? Guck mal, das ist Israel. Nein, das ist Israel. Yes, Israel. Gib mal diese auch Israel. IDF hat Krankenhäuser bombardiert. Krankenhäuser bombardiert. said that it's the Islamic Jihad is responsible for Das Al-Ali-Krankenhaus. Al-Ali-Ababdiskrankenhaus. Also, was? Wie bitte? Es gibt keinen, es gibt keinen mehr, der ernsthaft behauptet, damit hätte Israel was zu tun gehabt. Selbst Human Rights Watch, selbst Human Rights Watch, eine NGO, die so umstritten ist, die so antisemitischen Unsinn von sich gegeben hat in den letzten Jahren. Selbst die sagen, es war nicht Israel. Israel ist unschuldig. Selbst die sagen es. Die haben es, die haben es recherchiert. Die hatten Leute vor Ort. Selbst die Hamas gibt es zu. Die haben sich ja sogar, sogar in Telefonaten darüber unterhalten. Natürlich wollten die das nicht. Natürlich wollten die das nicht. Ich bin nicht mal gespannt. Er muss das jetzt aufklären. Ich hoffe es. Also wenn... Es ist aber interessant darauf zu verweisen, dass gestern ein Sprecher der israelischen Armee, Hanania Naftali, die folgende Botschaft verbreitete über Twitter-Ex-Breaking, die Israel... Er ist kein Sprecher. Ach, das ist doch Unsinn. Nur weil er einen Schwachsinn gepostet hat. Da haben wir einen Schwachkopf. ...hat soeben eine Terrorbasis der Hamas in einem Krankenhaus in Gaza getroffen. Zahlreiche Terroristen sind getötet. Es bricht einem das Herz, dass die Hamas Raketen abschießt aus Krankenhäusern, Maschinen, Schulen und dabei Menschen als Schutzschilde benutzt. Das war zwei Minuten zu lesen auf X und Twitter. Ja, zwei Minuten. Und das war... Weil er in seinem Vorauseilenden so einen Unsinn von sich gegeben hat, der überhaupt nicht eingebunden ist in das militärische System. Ja, danach wurde es gelöscht. Du kannst keine Krankenhäuser bombardieren. Ich bitte dich. IDF sagt, ja, war da drin bei Hamas. Hamas war drin. Der IDF hat das nicht gesagt. Keiner von der IDF hat das gesagt. Das stimmt halt einfach gar nicht. Müssen wir das machen. Hier, im Al-Schiefer-Krankenhaus haben sie gesagt... Er löst das gar nicht auf. Ja. Also noch einmal, um es klarzustellen... Das ist das Al-Ali-Krankenhaus. Kein Mensch behauptet noch, dass Israel etwas damit zu tun hat. Noch nicht mal die Hamas behauptet das. Was? Diese Animation. Sie sagt, das ist in Al-Schiefer. Sieht ein bisschen aus wie Computer-Spiel. Ja, die Tunnel wurden ja auch gefunden. Aber dann, als fertig war mit allen. Mit Bombe, mit Belagerung, mit der Schießerei. IDF hat gezeigt nur das. Leere Räume. Wenn Hamas das war. Und abgehauen. Nein, die IDF hat viel mehr gezeigt. Ich habe doch sogar die Videos veröffentlicht über die Ärzte im Al-Schiefer-Krankenhaus. Er soll mein Video an sich anschauen. Man hat alles leer gemacht. Warum waren noch Waffen da? Die BBC, Englische, hat Beweisvideos der IDF übergeprüft. This is what they found. Israel also released its own 7-minute-Video. Oh mein Gott, die BBC hat sich auch mehrfach dann entschuldigt. A watch, visible in that video, suggests it was filmed a few hours before the BBC arrived. The BBC was shown the same room. And what we see in the two videos, doesn't precisely match. For example, there's one gun in the IDF-Video, two by the time of the BBC footage. Then IDF zeigt this video here. I can't believe I'm doing this. Das hat IDF überhaupt nicht gezeigt. Das hier, das ist doch unglaublich. Dieses Video, das hat THT veröffentlicht. THT ist ein Fake-News-Sender. Nur Lügen, nur Antisemitismus. Das hier, habe ich selbst gekriegt, das hat eine Person hochgeladen, wo niemand gesagt hat, dass sie in irgendeiner Weise eine echte Ärztin ist. Ich habe mir das angesehen und habe sofort gesagt, das ist Fake. Ich habe es sofort gesagt, das ist Fake. Das dürfte sogar noch auf meinem Twitter noch sein, dass ich gesagt habe, das ist Fake. Aber der Welt hat zu wissen, hat zu wissen, was Hamas hier macht. Jeder Depp hat gesehen, dass die nicht ganz dicht ist. Die TV-Sende aus Frankreich, Franze24, hat übergeprüft. So. Ja, und nirgendwo hat die IDF das behauptet. Übergeprüft. War alles falsch. Audio falsch. Akzent falsch. Farbe von Horostrofen. Das musste man auch nicht groß überprüfen. Ich habe mir das Video einmal angesehen und habe gesagt, das ist Schwachsinn. Jeder Depp hat das gesehen. Man wusste, man hörte raus, dass eine Audiospur drüber gelegt worden ist. Sie hat noch nicht einmal, noch nicht einmal einen arabischen Akzent bei dem Englisch gesprochen. Ja. Alles falsch. Die ganze Person falsch. Das ist lächerlich. Nein, sie lügen weiter. Immer mehr lügen. Wer denn sie? Wer sind denn sie? Die Juden? Die IDF hat damit gar nichts zu tun gehabt. Das hier wäre ein Plan von Hamas. Es war so klar, dass dieser Wochenplan dort kommt. Es ist so schlecht. Nur weil, jeder kleine Fehler wird dann auf die Goldwaage gelegt. Das ist so unnötig. Aber die Verbrechen der Hamas werden überhaupt nicht erwähnt, dass die Zivilisten als Geiseln genommen werden. Auch die Zivilisten in Gaza. Dass den Menschen die Medikamente weggenommen werden. wurden im Bunker von Al-Shifa Krankenhaus. This list in Arabic in Arabic this list says we are in a operation. The operation in a kleinem Krankenhaus. Das das so was sofort als dumme Aussage ist mir auch ein bisschen fast das ist so eine Strömung aufgebaut von ihm. This is a guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. wurde gefunden an die Wand. Darauf soll aufgezeichnet sein welche Kämpfer hat welche Schicht übernommen. was nur Wochentage auf Arabisch. Ja aber das ist das gefährliche in dem Video dass er ein zwei Sachen sagt wo sie sich blamiert haben. Ich habe ja selbst mich mit einem Account des israelischen Außenministeriums mal angelegt. Das war das war ein Farsi das war der Farsi Account also Richtung Iran und die haben ein Video veröffentlicht wo eine Geisel verschleppt wird und haben behauptet die Übersetzung würde 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 sagen lasst sie ich will sie noch vergewaltigen und ich habe darunter geschrieben sorry also mein Arabisch ist nicht das Beste aber das Wort vergewaltigen höre ich dort nicht raus. Nichts dergleichen wird dort auf Arabisch gesprochen. Ich habe es sogar dann nochmal über eine AI übersetzen lassen weil ich mir dachte vielleicht ist mein Arabisch doch so schlecht dass ich das nicht gehört habe aber nein und dann daraufhin hat das Ministerium es sofort gelöscht. Das kommt vor weil sie nicht abgesprochen sind weil es einfach teils auch wirklich teils in Panik ist weil sie halt von diesem Schock dieses Anschlages übermannt sind. Also für mich ist das bis jetzt das Video Verhöhnen der Opfer. und nennen diese Kalender ich verstehe das nichts ich verstehe nichts wenn verarschen dann bitte richtig es gibt so viele Leute die schreiben gute Filme mein Lieblingsfilm so einer flog über der guckst du Nest sehr gute Filme ich liebe dich IDF sind Soldaten nix Schauspieler töten besser als dass sie lügen Politiker auch nix besser israelischer Präsident Isaac Herzog präsentiert diese hier das ist das Logo des islamischen Staates und nicht von Al-Qaida Brandbeschleuniger für ihre Molotow Cocktails kommen raus und produzieren chemische Weapons einfach so wie das IDF hat gefunden am Körper von einem toten Hamas Kämpfer diese Anleitung zum Bau einer chemischen Waffe ich kenne das von irgendwo wegen dieser Lüge eine Million Menschen tot eine Million und das ist unglaublich dieser Beweis von Herzog Scheiße ist Desinformation jene Deutschen Desinformation das ist ein Buch von Attentäter Ramzi Youssef ich weiß nicht was der Titel ist wie wird man bessere Mujahideen oder so manche im Internet haben herausgefunden was Herzog da zeigt haben sie dich referiert ein Bild vom Vortrag von Terrorismusforscher James Forrest von Seite 20 einfach geklaut Al-Qaida will Massenvernichtungswaffen ich weiß nicht was da drauf stand genau in der heutigen Zeit wo jeder Terrorist ein Handy hat ist nicht bisschen komisch was du eine DIN-A4-Blatt trägst die Kommunikation ist beschissen Entschuldige ich muss mal ganz kurz gucken wie baut man diese Scheiße aber das ist das gefährliche er hat er hat da ein zwei Punkte die richtig sind aber das mit dem Archie verkranken also das sind ja alles Sachen die jetzt nicht so relevant sind so jetzt hier so Hamas Leute direkt mal war nicht übrigens im Chat hier das ist einfach die Kinder die Kinder das ist alles nicht relevant für die Diskussion die die nachgewiesenen Schwachsinnspunkte wie diesem einem Soldat mit der mit der Wochenplanung und dieser ISIS Plan das ist alles irrelevant das sind ja alles keine Kriegsverbrechen aber ein Angriff auf ein Krankenhaus auf ein voll besetztes das ist ein Kriegsverbrechen und das findet halt nicht statt und es ist sogar so umfangreich widerlegt dass selbst Israel-Hasser sagen ja es stimmt es war nicht Israel ja aber bei Kindersoldaten sagt er auch nichts auf der Hamas Seite geht nicht in die Hosentasche oh ist rausgefallen Entschuldige jetzt weißt du auch wie man baut die Scheiße und was hat Hamas mit Al-Qaida zu tun zu dessen ja Herzog versucht ein paar Tage später nochmal ein bisschen Beweise zu zeigen das muss ja nicht Hamas sein es gibt ja auch Al-Qaida Gruppen in Gaza mal hat man gefunden eine ein Buch manche Leute kennen das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler und wo hat man übrigens Bestseller in der arabischen Welt in ein Kindersimmer oh in ein Kindersimmer wurde vorher bombardiert alles kaputt aber das Buch ist noch da Buch sieht gut aus passt wie neu ich bitte dich ja aber das ist halt leider so das ist in Syrien ein Bestseller das ist in Palästina ein Bestseller das ist auch in der Türkei ein Bestseller gut auf Türkisch das ist halt leider so ich meine in Gaza gab es einen Laden der ist mittlerweile kaputt der heißt Hitler 2 in Jordanien wurde jetzt ein Restaurant eröffnet das heißt 7. Oktober Ja aber das ist ein Bestseller das kann man ja nicht bestreiten ich meine Mein Kampf ist Bestseller in der arabischen Welt ist so führt Bestsellerlisten an 1 Platz 1 oder 2 die ganze Zeit Leute das ist unglaublich das ist unfassbar es wird übrigens gerade gesagt der 7. Oktober wurde von jordanischen Behörden entfernt habe ich auch nicht anders erwartet dass die da eingreifen aber es ist halt ein Problem zufälligerweise man hat ein Buch gefunden kann natürlich auch gewesen sein dass jemand vielleicht eventuell kann sein man weiß nicht man war nicht dabei aber vielleicht hat man jemand dieses Buch da platziert was redest du denn da informiere dich doch mal was die Bestsellerlisten anführt klar Koran an der ersten Stelle aber direkt danach kommt Mein Kampf Wer einmal lügt dem glaubt man nicht wer zehnmal lügt dem ist das scheißegal weil guck mal für diese Leute effekt besser als Fakten Mark Twain hat mal gesagt eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen bevor sich der Wahrheit die Schuhe anzieht ich weiß nicht was ich dazu noch sagen soll das ist unfassbar diese ganze Lüge das ist einfach zu viel lügt mehr als meine Frau naja im Ernst das ist ein sehr hartes Thema vielleicht kannst du noch was sagen es gibt einen Fakt der niemand bestreiten kann seit dem 7. Oktober sterben jeden Tag unschuldige Zivilisten in Gaza Ok jetzt werden die israelischen Zivilisten nicht erwähnt das finde ich heftig heftig Wir wissen es wurden tausende Kinder tausende Frauen getötet es wurden hunderte medizinische Kräfte hunderte UN Mitarbeiter hunderte Journalisten getötet mehr als zwei Millionen Menschen wurden vertrieben es gibt faktisch keine Schutzzone weder im Norden noch im Süden das Völkerrecht wird tagtäglich mit Füßen getreten das stimmt auch nicht das stimmt halt auch nicht wir haben ja heute das Urteil das ist völkerrechtlich einwandfrei auch wenn es immer wieder äh auch Sachen gibt die nicht vom Völkerrecht gedeckt sind das sind dann Einzelfälle es ist es ist wirklich er hat mit keinem Wort die Opfer des 7. Oktobers erwähnt das kann ja nicht wer hat ihn denn da gebrainwashed so ist der doch gar nicht also wir hören gleich weiter aber mal ehrlich das ist sonst Kaya ist ein super netter Kerl das ist israelbezogener Antisemitismus das das Video an sich ist randvoll mit Fake News versteht er sicher nicht bitte sehr nein aber er ist wirklich ich ich das ist er ist nett und er ist auch nicht dumm was ist da passiert in was für einer Bubble ist der denn dass er so abdriftet das ist ja kommt mir so vor wie jemand der unter Corona abdriftet ist nein das ist nicht seine wahre Seele danke für 5 Euro ich muss gleich je länger die Bombardierung und Bodenoffensive Israels andauert desto mehr Menschen werden traumatisiert und auch radikalisiert nein das stimmt auch nicht nicht radikalisiert das stimmt doch gar nicht je länger die Hamas die Geiseln bei sich behält desto desto länger dauert es vor allem werden sie verletzt und getötet vielen ist nicht bewusst dass ein Krieg nicht mit der letzten Bombe endet die jemandem seine Liebsten nimmt er lebt in den Menschen weiter und sorgt für inneren und äußeren Unfrieden ich hoffe wir sind alle nicht schon abgestumpft denn wenn wir unsere Smartphones zücken tauchen wir in eine wilde virtuelle Welt ein die uns in Sekundenschnelle mit Bildern konfrontiert die viel zu weit von unserer eigenen Lebensrealität entfernt sind ja aber Kaya da bist du anscheinend Opfer von TikTok geworden mit selektiver Wahrnehmung komm bitte mit nach Israel ich sorge dafür dass du dieses Video siehst und ich sorge dafür dass wir nach Gaza reingehen das kann doch nicht wahr sein mit keinem Satz das werden werden die israelischen Opfer erwähnt sie werden nur es wird nur relativiert und behauptet das ist ein Fake News ich hab's doch gesehen ich war doch vor Ort ich hab doch die unveröffentlichen Aufnahmen die GoPro Aufnahmen der Hamas gesehen das ist das Problem von TikTok intelligente Menschen fangen auf einmal an so einen Unsinn zu reden aber das ist echt das passiert gerade wirklich echte Bomben töten echte Menschen die Hinterbliebenen zittern schreien und weinen während unsere führenden Politiker und Medien das alles mit Selbstverteidigungsrecht nein das sagt auch der Interseite Gerichtshof die haben ja auch gesagt dass Israel Recht auf Selbstverteidigung hat heute entschieden drei Stunden vor deinem Video rechtfertigen da ist eine Mutter die sich wünscht nochmal die Stimme ihrer toten Tochter zu hören ein Vater der nicht fassen kann dass sein Sohn aus dem Schlaf nicht mehr aufwachen wird ja und eine Shani Luke die nur feiern wollte und dann abgeschlachtet und geschändet wurde in Gaza eine Tochter die sich wünscht statt ihrer Mutter getötet worden zu sein ein großer ja genau das hast du aber verwechselt Kaya das siehst du in meinem Text das ist in den unveröffentlichten Aufnahmen da sind zwei Kinder zwei israelische Kinder ich weiß du erwähnst sie nicht du erwähnst überhaupt nicht die Opfer auf der israelischen Seite ein Vater flieht mit seinen zwei kleinen Jungs ich würde sagen fünf und sechs in den Luftschutzraum der ist draußen und Hamas Terroristen kommen rein und werfen eine Handgranate in diesen Bunker der Vater wirft sich über die Kinder und rettet die Kinder der Vater ist zerfetzt die Kinder werden aus den Leichenteilen des Vaters rausgezogen ins Freie und dann reingeführt der eine Bruder kann nur noch mit einem Auge sehen weil das andere Auge raushängt durch den Druck und dann schreit der kleine Junge warum warum ist Papa tot warum bin ich nicht tot warum bin ich nicht tot die Aufnahmen wirst du sehen wenn du wenn du mitkommst nach Israel Großvater dem die israelischen Bomben 27 Familienmitglieder genommen haben keiner von ihnen hat er etwas mit der Hamas zu tun nichts davon hat er etwas mit Selbstverteidigung zu tun das behauptest du jetzt einfach es ist unglaublich es ist das ist einfach nur noch entsetzlich was er da von sich gibt das ist das ist so tief menschenverachtend nie wieder ist jetzt und für alle nie wieder ist jetzt wie bitte Kajajana sagt gerade dass ein Holocaust stattfindet er bezeichnet die Verteidigung Israels mit dem Holocaust an 6 Millionen Juden alter alter ich weiß gar nicht was ich sagen soll das ist Holocaust Relativierung der relativiert den Holocaust in Bezug auf Gaza nie wieder ist jetzt und das ist nicht die Kunstfigur ich meine das das würden doch nicht mal Leute die eine selektive Wahrnehmung haben wie zum Beispiel Ahmad oder sowas das würde der niemals von sich geben niemals niemals Kaja bevor wir nach Israel gehen besucht doch mal Auschwitz besucht doch mal ein KZ oder Dachau oder Bergen-Belsen oder kommt da noch es sind nur noch 5 Sekunden aber oder 8 deshalb fordere ich Waffenstillstand jetzt wie kommentieren die Leute das denn das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein am Ende und da werden die Leute das ist TikTok-Qualität das ist das ist Manipulation und Schwachsinn das ist Fake News und Israel will den Waffenstillstand nur die Hamas will ihn nicht warum auf einem Kanal mit 200.000 Abonnenten eine Holocaust-Relativierung ich weiß gar nicht was ich sagen soll ich habe mit vielem gerechnet ich dachte okay da wird vielleicht mal ein, zwei Patzer drin sein aber dieses Video ist wirklich gefährlich und und schürt zum Judenhass an es gibt Menschen die Menschen die glauben diesen Quatsch das am Ende mit nie wieder ist jetzt auf Gaza zu beziehen alter das wird dieses Video erzeugt so viel Hass weil Leute sich bestätigt fühlen in ihrem Hass auf Juden ich habe keine Ahnung also wirklich ich kann da nicht mehr viel zu sagen also ich ich bin schockiert enttäuscht extrem enttäuscht das Seasfire Now ist es das das kann man nicht das kann man als Influencer mit so einer Reichweite nicht einfach so runterrülpsen das geht nicht das ist nicht recherchiert wer hat ihn da beraten Jürgen Todenhöfer Tarek Bay oder Isambayan irgendeiner von diesen Leuten die sich immer wieder gerne antisemitisch äußern null recherchiert null Fakten Manipulation Fake News offensichtliche Lügen schade ich hoffe er kommt mit nach Israel schreibt eure Kommentare unten rein ich bin erstmal fertig zuerst ich bin ich bin ich bin Vielen Dank.